Wir sind heute der 22. März. Wir sind gestern in Miami angekommen und sind jetzt von einem Yellow Cab Taxi abgeholt worden, um zum RV Verleiher Cruise America gefahren zu werden und werden das Wohnmobil übernehmen. So, das ist unser Motorraum und jetzt inspizieren wir das Makras. So, das sind hier die großen Außensträger. Wuchtig, gewaltig. Also Kratzer sind okay, abbrechen geht gar nicht. Genau. Ja, das ist also ein Ford mit Alkohol-Buchen. So, hier haben wir den Generator. Den Generator. Ja, okay. Da ist der Ausruf. Hier ist die Ersatzbatterie. Ja, das ist hier. Abluft, Abgase. Das kommt von der Heizung. Und dann haben wir hier die Schildversorgung. Elektrik für Campingplatz. Das ist der Bezintank. Tanksturzen. Abwasser. Abwasser mit dem Schlauch. Ja, okay. Citywater-Connection. Ja. Kleine Garage. Das ist unsere Nummer. Hallo. Hallo. So, wo ist der Campingtisch? Der da, ne? Ja. Und zwei Stühle. Ja, okay. Gut, dann haben wir es. So, jetzt sind wir, glaube ich, auf der Zielgerade nach Quilago. So. Jetzt haben wir gegessen und eingekauft. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Quilago. Und es geht uns wesentlich besser. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Quilago. Wir sind hier in Quilago. Sind die US 1 gefahren. Von, ja, meinem Homestead. Und sind hier jetzt in diesem, wie heißt der Park? John Panican. Ja, wir freuen uns am schöne Wetter. Nein. Duas nicht. Ich bin ein 조 Auf dem Weg nach Everglades City sind wir jetzt auf der 41. So, wir sind jetzt im Landeankup auf Everglades City. Untertitelung des ZDF, 2020